Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Tüppel2 Sportswege GmbH. Ich bin Matthias und ich stehe hier auf dem Deich im Pferden und ich will euch erklären, was dieser Deich und dieses Material miteinander zu tun hat. Kommt mal mit. Herzlich willkommen bei Tüppel2, der Schaf Company. Wir lieben einfach Wolle. Was soll ich sagen? Und die Jungs und Mädels hier, die fliegen den Deich. Die fressen das Gras, die trampeln den Boden platt. Gut für den Hochwasserschutz und gut für uns, denn die Kerle hier und die Mädels, die produzieren eine Menge Wolle. Das Problem ist nur, die Wolle will eigentlich keiner haben. Die ist nämlich viel zu grob. Rino-Unterwäsche aus der Wolle, kannst du vergessen. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, wieso benutzen wir nicht dieses supergeile Naturmaterial, was dich wärmt, wenn es kalt ist und was dich kühlt, wenn es warm ist und was du dazu auch noch ganz einfach waschen kannst als Isolierung für unsere Dun-Jacket oder unsere Dun-Solweste zum Beispiel. Ist das nicht eine gute Idee? Wenn ihr mit euren Schuhen hier reingelatscht seid und guckt euch das genauer an, dann wisst ihr, ihr seid auf dem Deich. Ja, hier war vor kurzem noch eine Schafherde und haben hier gegrast und natürlich ihre Hinterlassenschaften nicht weggeräumt. Gibt es keinen Hundebeutel dafür. Für den Deich ist es gut, für meine Schuhe nicht so. Aber egal, die müssen gleich eh gewaschen, wenn die sehen aus wie Sau. Jedenfalls kann man aus diesem wunderbaren Schafwolle das hier machen. Das ist Wolle. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ein bisschen zerknuddelt, liegt aber nur daran, weil ich das jetzt kilometerweise in meiner Tasche transportiert habe. Jedenfalls ist diese Wolle optimal dafür geeignet, Jacken oder Westen zu isolieren. Und wie das dann aussieht, das zeige ich euch jetzt. Moin!